Hallo liebe Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, ich weiß, dass sich ganz viele auf diese Stunde heute freuen und ich freue mich natürlich auch, wenn ich mit euch zusammen Step Aerobic bzw. auch normales Aerobic machen darf, denn ich würde für jeden die Möglichkeit zeigen wollen, mit Step zu arbeiten oder auch ohne. Gut, lasst uns beginnen. Wir marschieren am Platz. Ich bin natürlich immer spiegelverkehrt, das heißt, ihr arbeitet mit rechts. Jetzt im Moment einfach nur am Ort, wenn wir öffnen die Beine, kommt in das Side-to-Side, wir schwingen. Geht schön über die Ferse. Wurde auch schon tief gehen, nach unten. Bringt die Schultern mit dazu. Schnell nach hinten reisen. Noch vier, drei. Wir bringen die Ellenbogen mit nach oben. Lass die Bewegung größer werden. Alles noch für das Warm-up. Und ganz große Kreise. Lange Arme. Sehr schön. Und wir kreisen ohne Arme. Bleibt tief. Wir lassen die Füße am Boden, verlassen das Gewicht rechts und links. Bleibt in der Mitte, bringt den Oberkörper tief und rollt euch auf. Nochmal ab und aufrollen. Ab und aufrollen. Letztes Mal. Sehr schön. Wir marschieren auf rechts am Platz. Wir beginnen nun mit der Choreografie. Wie gesagt, ich baue immer erst mal den Boden auf. Wer möchte, kann sofort mit Step arbeiten. Oder ihr bleibt. Öffnet die Beine. Schließen. Öffnen. Schließen. Bleibt erst mal in einer Ebene. Noch zwei. Wir gehen etwas nach oben. In den Nieste. Vor und zurück. Diejenigen, die das Step schon vor sich haben, können jetzt schon nach oben gehen. In den Nieste. Hoch. Ab. Noch einmal. Hoch. Und tief. Drei noch. Zwei noch. Und eins. Wir marschieren. Auf. Genau. Als Gegensatz zum B-Step ist der A-Step. Wir gehen nach hinten. Öffnet. Nach hinten. Drei noch. Zwei noch. Und der letzte schon. Okay. Kurz stehen bleiben. Wir marschieren auf rechts. Wir verbinden. Einmal B-Step und einmal A-Step. Achtung. B-Step. Gerne am Boden erst mal. A-Step nach hinten. B-Step nach vorne. A-Step nach hinten. Ja. Sehr schön. Variante wieder mit Step. B-Step auf dem Step. Hoch. Und nach unten ziehen. Nach oben. Und ab. Zweimal noch. Sollte drin sein, ne? Letztes Mal. Wir marschieren am Platz. Kommt alle auf den Boden. Wir gehen in den Lunge. Nach hinten. Schaut mal. Einfach nur rechts und links nach hinten setzen. Wer mehr möchte, nimmt die Arme schon mit. Rechts und links. Sehr schön. Noch acht. Noch acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Marschiert. Gut. Jetzt wird es ein bisschen kompliziert für diejenigen, die am Boden sind. Zweimal Marsch. Zweimal Lunge. Achtung. Eins. Zwei. Lunge. Marsch. Okay. Nochmal. Zweimal Marsch. Und. Eins. Zwei. Lunge. Und Marsch. Für diejenigen, die auf dem Step sind, schaut mal. Marsch. Lunge. Und wieder ab. Da wird es dann wieder logisch. Ja? Kommt nochmal. Marsch. Eins. Zwei. Lunge. Und ab. Wir üben noch. Zweimal. Marsch. Hopp. Hopp. Lunge. Lunge. Und ab. Vier. Drei. Zwei. Eins. March. March. Lunge. Lunge. Und ab. Prima. Wir verbinden. Wiste. Ähste. March. And lunch. Wiste. Aufwärts. Hoch. Ab. March. And lunch. Gleich nochmal. Und. Wiste. Ähste. March. And lunch. Ich komme nochmal mit nach unten. Wer unten arbeitet. Wiste. Ähste. March. Lunge. Noch ein Durchgang. Kommt. Wiste. Ähste. March. 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 Lunge. Sehr schön. Ihr merkt euch. Bitte die zwei Schritte. Wir bauen unseren dritten Schritt ab. Okay. Marchiert kurz am Platz. Durchatmen. Sehr schön. So. Ihr könnt erst mal zuschauen. Mambo Cha Cha. Mambo Cha Cha Cha. Am Boden wäre das gleiche. Po Cha Cha Cha. Po Cha Cha Cha. Wir werden etwas größer und gehen etwas in die Diagonale. Versucht mit einzusteigen. Links. Hopp. Hopp. Rechts. Hopp. 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 Links. Ja. Noch vier Mal. Hopp. 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 Eins. Zwei. Zwei. Eins. Zwei. Zwei. Wir marschieren. Okay. Lasst uns alles dreist kombinieren. Wiste. Ähste. March and Lunge. Und Mambo Cha Cha. Ja. Am Platz wieder March. Auf rechts. Rechts. Ja. Vier noch. Drei noch. Ich komme gleich mit auf das Step. Achtung. V-Step auf rechts. Hoch. Nach hinten. Ähste. March and Lunge. Mambo Cha Cha. Schu. Cha Cha Cha. Und wir marschieren. Vier. Drei. Ich bin am Boden. Auf geht's. V-Step. Ähste. March and Lunge. Ja. Mambo Cha Cha. Zapp, zapp, zapp. Schau mal. Drehung. Okay. Alles nochmal. Hopp. Ähste. March and Lunge. Schupper. Schupper. Mambo Cha Cha. Achtung. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Noch einmal. V-Step. Ähste. March and Lunge. Ja. Mambo Cha Cha Cha. Mambo Cha Cha Cha. Drehung. Letzte Runde am Boden. A-Step. March, march. Blanche. Mambo Cha Cha. Hopp, hopp, hopp. Trinkt euch. Eins, zwei, drei, vier. Okay. Seite. Einfach zur Seite. Rechts und links. Tippt. Das ist ein leichter Schritt. Der kommt ganz hinten dran nach unserer Drehung. Rechts zuerst, links zuerst. Wir bleiben noch. Hopp. Gut. Damit wir auch schon wieder ein bisschen durchatmen können. Lasst uns wieder marschieren. Auf rechts. V-Step. Wir beginnen. Hopp. Nach oben. A-Step. Nach oben. Lunge. Mambo Cha Cha. Hopp, 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 hopp. Drehung. Hopp. Achtung. Hopp. Seite. Schupper. Nochmal. V-Step. Hoch. E-Step. Martin Lunge. Schupper. Schupper. Mambo Cha Cha. Dreht euch. Und Seite. Wir machen noch einen Durchlauf. Ich bleibe unten. V-Step. E-Step. Mambo Cha Cha. Ah. Jetzt habe ich die Fehler gemacht. Jetzt erst. Mambo Cha Cha. Ihr wart richtig. Dreht euch. Eins, zwei, drei, vier. Letzte Runde. Kommt. V-Step. Wer möchte? Arme. Schaut mal. March and Lunge. Mambo Cha Cha. Zoom. Ab, ab, ab. Zoom. Dreht euch. Und Lunge Side. Tap, tap side. March. 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 Sehr schön. So, das ist unser erster Block. Aber wir haben noch einen zweiten. Den kriegen wir auch nach hinten. Ihr merkt euch bitte den ersten. Den zweiten bauen wir auf. So, einfach viermal tap vor. Entweder am Boden oder auf dem Step. Okay. Viermal. Auf dem Step wäre so. Ganz easy. Gut. Die Arme gleich mit dazu. Tap vor. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und Lunge. Vier. Drei. Zwei. Eins. Vor die Arme zweimal. Zwei Mal hoch. Okay. Eine Runde noch am Boden. Vor. Vor. Hoch. Hoch. Gut. Das sollte kein Problem sein. Jetzt kommt der Repeater Kneelift. Wir machen erst mal am Boden los. Ihr schaut bitte erst mal. Nur erst mal gucken. So, wir beginnen wieder auf rechts. Dreimal Repeater. March. Andere Seite. Wartet noch. Dreimal Repeater. Ja. Okay. Jetzt könnt ihr mit einsteigen. Auf geht's. Fuß vor. Knee. Dreimal hoch. Marschieren erst mal. Vier. Drei. Zwei. Andere Seite. Dreimal das Knie nach oben. Sehr schön. Vier. Drei. Wer mit Step arbeitet. Auf geht's. Hoch. Am Boden marschen. Vier. Drei. Zwei. Und die andere Seite. Gut. Wir verbinden gleich. Kommt. Viermal Tap vor. Und Repeater. Eins. Zwo. Drei. Repeater Kneelift. Marschieren bitte. Repeater Kneelift. Andere Seite. Wieder viermal Tap von Beginn an. Vor. Die Arme. Nach oben. Repeater Kneel. Vier. Drei. Zwei. Eins. Marschieren. Vier. Drei. Zwei. Eins. Repeater. Auf. Gut. Stopp. Marsch. Sehr schön. Letzte Runde. Viermal Tap vor. Nur einmal Repeater. Vier. Drei. Zwei. Eins. Hoch. 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 Repeater. Und jetzt marschiert. Wir sind jetzt auf links. Achtung. Wir gehen in den Step Touch. Genau. Kommt einfach mit dem Step Touch. Da kommt nämlich der nächste Schritt. Kommt zu mir. Linke Seite. Linke Seite. Ihr bleibt immer in der Bewegung. Lasst euch nicht irritieren. Aber schau zu mir. Oh oh. Nochmal. Tap. Nein. Drehung. Tap rück. Nochmal. Hopp. Sehr schön. Habt ihr schon, ne? Gut. Die letzten zwei mal noch zum Übeln. Und der letzte. Okay. Gut. Wir machen jetzt nochmal schnell einen Repeater, weil wir müssen auf die andere Seite für den Beginn. Einmal Repeater. Sehr gut. Marschiert am Rode. Zweiter Block. Alles zusammen. Viermal Tap nach Vom. Einmal Repeater. und Step Touch um die Ecke. Achtung. Los geht's. Vor. Vor. Hoch. Repeater Knee Lift. Step Touch zur Seite. Eins. Zwo. Drei. Vier. Angekommen. Okay. Repeater Knee Lift. Einmal. Dann nochmal für den Seitenwechsel. So. Wir üben. Letzte Runde. Auf. Rechts wieder marschieren. Wir beginnen. Viermal Tap nach Vom. Und. Arm hoch. Repeat in die Leite. Step Touch zur Seite. Marschiert am Platz weiter. Ihr schaut. Drehen. Drehen. Seit. Pap, pap, pap. Wir probieren es alle zusammen. Eine Drehung. Auf rechts. Ihr seid auf rechts. Auf links. Auf links seid ihr. Entschuldigt. Links. Okay. Pivot Turn. Achtung. Rechtes Fein geht vor. Vordrehen. Rückdrehen. Seit. Pap, pap, pap. Also drei Punkte. Okay. Einmal Punkt. Einmal hinten. Seit. Und dann der Cha Cha. Nochmal. Linke Seite. Nur die Drehung. Up. Vor. Rück. Seit. Pap, pap, pap. Ja. Wir versuchen es gleich mit hinten dran zu bauen. Das ist unser letzter Schritt. So. Auf geht's. Auf rechts. Wieder marschieren. Viermal Tap vor. Und. Hop. Hop. Arme hoch. Arme hoch. Repeater. Kneel lift. So. Prima. Step touch side. Hop. Hop. Und jetzt der Pippet. Eins. Zwo. Drei. Und. Hopp, hopp, hopp. Links. Ja. Prima. Letzter Block. Nochmals zum Übel. Und. Vor. Vor. Arme hoch. Repeater. Step touch side. Hopp. Hopp. Ja. Und Pettitzen. Eins. Zwo. Drei. Hopp, hopp, hopp. Okay. Prima. Lasst uns die letzte Runde alles zusammenpacken. Achtung. Vier. Drei. Zwei. Und. Wie ist der? Einer. March and lunge. Mambo cha-cha. Auf geht's. Hopp, hopp, hopp. Unsere Drehung. Eins. Vor. Tap side. Zweiter Block. Viermal Tipp vor. Hopp, hopp, hopp. Repeat the knee lift. Ja. Hopp, hopp, hopp. Step touch side. Und. Hopp. Sehr schön. Und Drehung. Vier. Drei. Zwei. Hopp, hopp, hopp. Prima. So. Da haben wir schon alles. Wer Lust hat, kann die Choreo jetzt einfach für sich nochmal hintereinander weg durchziehen, um ein bisschen Herz-Kreislauf-Training zu machen. Ich freue mich auf euer Wiedersehen, entweder online sozusagen oder live bei uns mal wieder im Korpus-Vital. Tschüss, bis bald. preferent. ішäß. Viermal Mix.